Hallöchen, hier sind Lulu und Leon von Lulu und die Muschel von Muschel Family & Fun. Und heute ist Action angesagt. Heute geht es nämlich auf die Insel. Ich werde natürlich versuchen, das Ganze festzuhalten. Das ist gar nicht weit, Leute. Kann ich jetzt nicht zeigen, weil da die Schirme vor sind. Zeige ich gleich. Aber deswegen nehmen wir die Begrüßung quasi jetzt auf, weil wir nicht wissen mit der GoPro. Die muss natürlich zu sein, sonst kommt ja Wasser da rein, wie das mit dem Ton ist. Aber auf jeden Fall gehen die beiden jetzt auf die Insel und die Bilder werdet ihr auf jeden Fall sehen. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Action angesagt. Na, was wollen die denn? Ich bin zu klein. Ich muss mit, weil ihr muss ein Erwachsener mit, deswegen muss ich meine Sachen ja hier nehmen. Papa hat auch BVB. Oh cool, der Papaschi gemäßt. Muss ich das hier bei dir lassen? Ja, hab keine BVB. Aber die geht mit drauf. Ja. Ich habe mehr zuerst raus. Können wir aus dem, 건 Drogen können? Wenn wir mal zwei auf die BVB nehmen, schauenищen. Where am wir nur zuhören haben? S Nigraß. החch亲, dû Frank dalej. Ich scharfe. Ich habe jede Generation zäb pris scattered überrascht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So Herrschaften, jetzt sind wir wieder da. Ja, wir hoffen, dass die Videos mit der GoPro auf der Insel, dass sie was geworden sind. Ton, wie gesagt, weiß ich nicht so genau, ob man das hinkriegen kann, müssen wir uns anhören. Aber es war auf jeden Fall extrem cool, aber auch sehr, sehr rutschig. Sehr, sehr rutschig. Dadurch, dass die Leute sich natürlich alle vorher eincremen und die ganze Sonnencreme dann noch nicht ganz eingezogen ist, dann werden diese ganzen Burgen und alles, das wird noch rutschiger, als es schon ist. Aber es hat ja alles geklappt. Ist ein bisschen kaputt jetzt, ne? Aber war cool, oder? Cool, eh? Ja. Jolo ist da hinten schon wieder irgendwo am Spielen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen. Und vergesst nicht, dann kann man auch's telefonieren, hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seiten. Tschüss!